Herr Altmann, herzlichen Glückwunsch, der FSV steht nach einem 4-2-Sieg bei den WNR Capitals im Semifinale. Was geht gerade in dir vor? Ja, ich meine, eine unglaubliche Freude, unglaubliche Genugtum, dass wir da endlich nach letztem Jahr wieder einmal in der Halbfinale kommen. Und ja, die Freude ist groß. Von außen hat es sehr souverän ausgesehen. Was waren aus deiner Sicht die Schlüsseln zum Sieg? Ja, wie schon die ganze Serie. Ich glaube, wir haben einfach in die richtigen Momente die wichtigen Tore geschossen. An unglaublichen Rückhalten in JP gehabt, viele Schüsse geblockt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben einfach die paar Tore immer zur richtigen Zeit mehr geschossen als Wien. Für dich als Wiener wahrscheinlich eine besondere Serie, oder? Ja, natürlich. Ich meine, schon was Besonderes. Aber im Endeffekt ist jeder Gegner gleich. Man will einfach weiterkommen, so weit wie möglich. Und ich bin froh, dass uns das gelungen ist. Jetzt geht es weiter im Semifinale. Gibt es von deiner Seite irgendeinen Gegner, gegen den du sagst, den hätte ich besonders gerne? Absolut nicht. Es wird nur schwieriger. Jeder in der Liga hat das Zeug zum Ganzen nach oben. Aber ja, mir persönlich ist es egal, wer kommt. Wir wünschen alles, alles Gute. Danke, Mario, für die kommenden Aufgaben. Danke, Mario. Danke, Mario. Danke, Mario. Untertitelung des ZDF, 2020